Herzlich willkommen, nein, zum Livestream und der Aufzeichnung. Das Erste war der Livestream, jetzt Zweite die Aufzeichnung. Und jetzt muss ich noch gucken, was hier passiert ist, warum. Da ist noch genau, das will ich doch eingeblendet haben, den Live-Chat. Kurze Vorbemerkung. Unser gesamtes Studium ab der Entstehung des Universums finden Sie auf unserer Homepage nexts4f.de. Da finden Sie unsere Telefonnummer und so weiter. Und zwar auf Das ist der Weg, denn ich werde jetzt heute nicht die ganze Geschichte schon wieder erzählen von der Entstehung des Urknalls bis heute. Sondern wir gehen auf die entscheidenden Kurzthemen ein, die im Moment anstehen. Ja, also in der heutigen Kurzvorlesung unserer Mini-Uni und unserer kurzen wissenschaftlichen Tagesschau heute, das Wichtigste vom Tage. Sie verstehen sich als Weltverbesserer. Ganz viele, ich glaube, wir haben bestimmt eine Million Menschen, die in Deutschland rumlaufen und sich als Weltverbesserer verstehen. Aber leider verstehen sie nicht, dass sie nur Schaden anrichten, da sie manipuliert sind mit Irrtümern. Ich hatte gerade ein sehr nettes Gespräch, auch mit einem Vertreter der Gemeinwohlökonomie, der auch Christian Felber persönlich kennt. Und das Entscheidende ist, dass wir alle, weil wir im Kapitalismus entwöhnt wurden und weggebracht wurden von Poppers Falsifikationismus. Ich zeige das nochmal kurz, damit sie das nochmal, wegen der Wichtigkeit des Ganzen, darin liegt die echte. Wenn sie Weltverbesserer sein wollen, müssen sie also sofort bei uns sich melden, anrufen für einen Talk-Termin. Wo ist es? Hier. Das ist also nexts4f.de, Next Scientist for Future. Und hier. Der Kapitalismus hat uns dazu gebracht, auch die sogenannten Weltverbesserer, zu einer völlig pathologischen Umgehensweise mit diesem Thema. Nämlich, wir haben alle uns verabschiedet von der von Popper beschriebenen Lebenseinstellung, die zugibt, dass ich mich irren kann. Dass du recht haben kannst und dass wir zusammen vielleicht der Wahrheit auf die Spur kommen werden. Wenn sie sich als Weltverbesserer verstehen, machen sie sich klar, dass sie diese Einstellung, die einzige gesunde menschliche, natürliche Einstellung, dass sie die verlassen haben. Ja, denn nur der Weltrat bis jetzt ist wirklich offen für, ja, das, für die Talkshows, wo irr ich, wo irrs du. Der Poppersche Falsifikationismus, das sollten Sie alle so alles lesen, dann hier und dann hier die GWÖ-GWO-Diskussion und Kombination, das ist die Weltrettung. Ja, und Sie sind halt fälschlicherweise, denken Sie, Ihre Konzepte hätten irgendwas mit Weltverbesserung zu tun, weil Sie letztendlich, wo ist es? Weil Sie letztendlich, ich versuche das mal ein bisschen besser zu machen, na, was ist hier los? Ist hier ein Fehler drin? Na, vielleicht so, ja, so ist es besser. Sie schaden, warum schaden Sie und warum sind Sie manipuliert mit Irrtümern? Weil zum Beispiel die Sozialsparten, die könnte ich jetzt auch zeigen, aber im Kapitalismus hat sich die Welt aufgespalten in Sparten. Und in der Marktwirtschaft und im Kapitalismus, im Tauschhandel. Und die Sozialsparten, die sind die unverstandesten Übeltäter der Welt. Denn die können nur dann gewinnen, wenn sich in ihnen bestimmte Irrtümer heranbilden, die sie dann für Wahrheit halten und die sie nach außen hin kommunizieren und die dann die ganze Welt dazu manipulieren, dass sie solche schwerwiegenden Fehler machen, die dazu führen, dass sich immer mehr arme, obdachlose, arbeitslose, dass sich immer mehr gescheitertes Leben herausbildet, von dem dann die Sozialspartler karrieremäßig und geldmäßig riesig profitieren können. Sie müssen die Sozialspartler wie jede andere Sparte wie eine Aliengruppe verstehen, die auf die Erde kommt, um zu plündern und dann den nächsten Planeten aufzusuchen und zu plündern. Dieses Bild passt sehr gut. Denn die Sozialspartler, wenn dann das ganze Land in Armut versunken ist und irgendwann auch dann die Sozialspartler eben nicht mehr bezahlt werden können, weil das durch ihre vorteilbringenden Irrtümer das Land zerstört wurde, dann können die auswandern in ein anderes Land und dann dieses Land plündern und aussaugen. Und das ist nicht verstanden. Das zum Beispiel, gerade habe ich mit dem netten Herrn von der Gemeinwohlökonomie, das diskutiert, dass eben es ein Problem ist. Wenn die Sozialspartler sagen uns, es sei eine gute Idee, die Gehälter, zum Beispiel die Monatsgehälter von Topmanagern, bleiben wir nur bei diesem einen einzigen Beispiel von Hunderten von Beispielen, die wir da machen könnten, das sei eine gute Idee, die Gehälter von Topmanagern statt, also von bisher maximal 1,4 Millionen pro Monat auf maximal zum Beispiel 30 oder 100.000 pro Monat zu begrenzen und zu deckeln. Das führt dann dazu, dass fluchtartig alle fähigen Leute und vielleicht dann auch alle fähigen Konzerne, weil die ja dann keine Topmanager aus der Welt mehr bekommen, alle abwandern nach Polen und Tschechien zum Beispiel und in Deutschland Massen von Arbeitslosen und Armut entsteht. Und daran profitieren dann wieder die Sozialspartler und können größere Karriere machen, weil die Armee der arbeitslosen, obdachlosen, gescheiterten, psychisch kranken Menschen und so weiter, depressiven Menschen immer größer wird und sie dann diese betreuen können. So. Und das ist alles nicht bewusst. Das sind alles keine bewussten Absichten. Also im Gegensatz zu den Aliens, die da bewusste Planungen haben, läuft das alles ohne jegliches Bewusstsein ab. Es handelt sich um Irrtümer, die für Wahrheiten gehalten werden und in dem Moment dann sich als Vorteil bringende Irrtümer erweisen. Und damit sind sie manipuliert zum Beispiel. Es kann sein, dass bei ihnen andere Irrtümer anderer Sparten im Vordergrund stehen. Ja, also es gibt zum Beispiel Dr. Markus Krall, der ist zum Beispiel manipuliert worden, eher von den vorteilbringenden Irrtümern, der Alkohol, Tabak und Zuckersparten zum Beispiel. Und ja, aber so ist jeder, der meint, er würde irgendwas verbessern wollen in der Welt. In Wirklichkeit richtet er nur Schaden an, weil er eigentlich nur diese Irrtümer weiterbringt. Denn wir können zum Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich, die Schere zwischen 1,4 Millionen Managergehalt pro Monat, wobei das ja nur die Managergehälter sind, die Unternehmereinnahmen können ja viel höher noch sein, viel, viel höher sein noch. Und aber bleiben wir bei diesem einen Beispiel. Der Manager kalkuliert ganz einfach, ja, also die Gemeinwohlökonomie, die will mir irgendwann eine bessere Lebensqualität geben. Aber die ist noch nicht da, die bessere Lebensqualität. Das, was wir aber sofort machen wollen, ist mein Gehalt von 1,4 Millionen runterzufahren auf 30.000. Da ich aber noch nicht weiß, wie gut die Lebensqualität werden wird durch die Gemeinwohlökonomie, verlasse ich lieber das Land, gehe ins Ausland und dann kriege ich weiter meine 1,4 Millionen. Und dann gucke ich mir erst mal an, was sich in Deutschland entwickelt. Da aber durch dieses Abwandern dann Deutschland erst mal wirtschaftlich zusammenkracht, hat er kein großes Interesse zurückzukommen in ein Land, das vielleicht tatsächlich einige Ansätze, große Ansätze in Richtung Wohlfühlensverbesserung hat, aber dabei auch wiederum als wirtschaftlich zerstörtes Land auch wieder andere Schattenseiten hat. Und also wird der dann nicht mehr zurückkommen. Ist es da nicht viel besser, dass es jetzt unsere GWO, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung GWO, GWÖ-Kombi, GWÖ-Diskussion, habe ich dann dem Herrn gesagt, ja, ist es da nicht viel besser letztendlich, dass wir erst einmal mit einer gemäßigteren GWÖ-GWÖ-Kombi die Lebensqualität drastisch erhöhen, sodass der Manager sagt, ich bleibe in Deutschland, weil jetzt Geld auch für mich nicht mehr das Wichtigste ist. Und dann kann man mal weiterreden und nachdenken über das Thema, die Schere zwischen Arm und Reich kleiner zu machen. Aber auch das sollte man dann erst mal diskutieren und genau überlegen, was man damit macht. Denn die große Frage, die sich ja auch stellt, wenn wir jetzt an die Unternehmereinnahmen und Aktionärseinnahmen gehen, wenn wir das Geld denen wegnehmen und die Schere zwischen Arm und Reich dann später schließen, also als erstes sowieso, haben wir ja gerade geklärt, Unsinn. Aber wenn wir die später schließen, die Schere zwischen Arm und Reich, was passiert denn dann? Wo geht denn das Geld hin? Das Geld geht als allererstes erstmal in die Staatshand. Und ob der Staat bessere und mehr und besser bezahlte Arbeitsplätze schafft, als die Top-Unternehmensfamilien, die Mercedes, VW, BMW und Audi und so weiter leiten, Porsche und was auch immer, da bin ich als Wissenschaftler nicht sicher, als wissenschaftlicher Denker wirklich nicht sicher. Könnte ich sogar sagen, es könnte sein, dass uns das Geld in der Staatshand uns eher zerrinnt in Ineffizienz. Und dann könnte man natürlich einen Teil dieses Geldes, das in der Staatshand ist, auf die Bürger verteilen. Die Frage ist aber nur, was passiert? Dadurch werden auch die Ärmsten der Armen relativ reich. Und was passiert? Jetzt schauen wir uns das doch mal an. Gucken wir uns das gerade mal an. Und zwar muss ich jetzt hier hin. Das gehört nämlich auch zu den gefährlichsten vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspadler. Nämlich der Gedanke, dass alle Neugeborenen potenzielle Genies seien. Das ist also nicht wie bei der Körpergröße. 2,15 Meter. 1,50 Meter. Und die Naturwissenschaftler haben natürlich tausendmal bewiesen, dass es natürlich auch so ist, dass wir unterschiedlich große Gehirne als Erwachsene haben. Also zu circa zwei Liter, zu circa ein Liter Gruppraum. Und dass damit auch die Klugheit der Menschen sehr hoch korreliert. Ich spreche bewusst nicht vom Intelligenzquotienten, weil das wieder ein sehr technischer Wert ist. Also Intelligenz kann auch Lebensdummheit bedeuten. Hoher Intelligenzquotient kann einhergehen mit höchsten Formen der Lebensdummheit. Also ist die Lebensklugheit eigentlich der wichtige Faktor. Also ich würde immer sagen, mein Intelligenzquotient ist zwar höher als 99,8, so 7,5 Prozent der Weltbevölkerung. Aber nicht das ist das Entscheidende. Ich beanspruche für mich die Vorstellung, dass meine Lebensklugheit noch wesentlich höher ist und eher höher ist als bei 99,999 Prozent der Weltbevölkerung. Aber die Lebensklugheit können wir leider schlecht messen, weil da eben die ganzen vorteilbringenden Irrtümer kommen und sagen, nee, der ist ja dumm, der ist ja ein Idiot, weil die Fütterung im Kapitalismus der Gehirne mit vorteilbringenden Irrtümern führt ja dazu, dass auch der Dümmste sich für den Klügsten hält, weil er ja sagt, ja, also ja, natürlich müssen wir sofort die 1,4 Millionen Euro Manager-Gehälter runterdeckeln auf 30 oder 100.000 Euro im Monat. Und er versteht gar nicht, was er dabei für Fehler macht, weil er diese vorteilbringenden Irrtümer einer Gruppe glaubt. So, und jetzt ist also die Wahrheit die, dass also alle Kinder unterschiedlich sind und wenn zwei Eltern eher zwei Einlitter-Gehirne haben, gleich und gleich gesellt sich eher tendenziell gerne, dann werden die Kinder auch so um die Einlitter-Gehirne haben. Und das ist die Frage, wenn jetzt alle reich sind und viele Kinder in die Welt setzen können, dann verletzen wir das Naturgesetz, dass es in jeder biologischen Gruppe immer eigentlich so läuft bei hoch höchst entwickelten Säugetieren. und unseren engsten Verwandten, dass eigentlich immer dafür Sorge getragen wird, dass die Kinder aus den Fähigsten heraus in die Welt gesetzt werden und diese hier möglichst gar keine Kinder in die Welt setzen, ja. Und dieses Naturprinzip, wenn wir das verletzen, kommt es dazu, dass wenn andere Staaten dieses Naturgesetz weniger verletzen und tendenziell wieder hier viele Kinder haben, aber hier kaum Kinder haben, dass die uns dann wirtschaftlich und militärisch eventuell sofort platt machen, da wir ja noch nicht sofort im Pazifismus sind, da sind wir wieder bei der Sache. Durch GWÖ-GWU-Kombi können wir natürlich eine pazifistische Welt schaffen, aber die ist ja nicht sofort da. Wir sehen ja in der Ukraine, dass wir eine höchst kriegerische Welt immer noch haben. Und deswegen ist es wichtig, militärisch und wirtschaftlich absolut konkurrenzfähig zu bleiben oder am besten sogar Vorsprung zu haben gegenüber den anderen Ländern. Aber das können wir nicht mehr, wenn andere Länder wieder etwas mehr Kinder hier kriegen und kaum noch Kinder hier kriegen, wir aber viele Kinder hier bekommen und wie im Moment es der Fall ist, sehr wenig Kinder hier bekommen, dann sind wir bald die Ukraine und werden genauso abgeschlachtet wie die Ukraine. Aber das können Sie als Weltverbesserer natürlich nicht denken, denn Sie sind ja manipuliert mit den vorteilbringenden Irrtümern, zum Beispiel der Sozialsparten oder der Alkohol, Tabak, Zigaretten, Süßigkeiten, Sparten, Zuckersparten und so weiter. Oder Sie sind manipuliert. Ja, und deswegen nur über die Teilnahme an unseren Falsifikationstalks. Wo irre ich, wo irrst du? Jeder Teilnehmende, stellen wir vor, zum Beispiel drei Teilnehmer von der Gemeinwohlökonomie, drei Teilnehmer vom Weltrat. Dann würde jeder dieser drei Teilnehmer fünf Minuten Redezeitkonto bekommen und jeder der drei Professoren und Teilnehmer vom Weltrat fünf Minuten Redezeitkonto. Und dann geht es so, sobald einer einen Satz sagt, wo der andere denkt, oh, da irren Sie sich doch, aber dann sagt er sofort Wechsel drei, je nachdem, welche Nummer er bekommen hat. Das würde jetzt sechs Uhren erfordern. Wir haben ja sieben im Moment da liegen. Und dann sagt er Wechsel und sagt, oh, ich glaube, da haben Sie sich geirrt, weil da gibt es die und die Argumente, Studien, Untersuchungen, Beobachtungen und, und, und. Und nur in solchen Talks können Sie von einem Pseudo-Weltverbesserer und einem faktischen Schädiger der Welt zu einem echten Weltverbesserer werden. Und was ist jetzt hier schiefgegangen? Och, ich habe die falsche Richtung gewählt. Oh, na, da gehe ich nochmal hoch. Was ist hier los? Also, so, ja, das ist richtig. So, und dann der Satz, der auch für heute noch gilt, ist, Sie versuchen sich Ihrer Gesundheit oder der Welt Gutes zu tun. Also, jetzt ist auch noch die Überlegung drin, viele versuchen sich, ja, gesünder zu ernähren oder glücklicher und gesünder zu leben. Sie versuchen sich selber Gutes zu tun, ihr Leben vom Wohlfühlen her besser zu gestalten. Und da müssen wir Ihnen ganz klar sagen, das schaffen Sie nicht, da Sie irren. Und die Begründung ist genau die gleiche, ja. Also, Sie versuchen sich, Ihrer Gesundheit und der Welt Gutes zu tun, schaffen Sie aber nicht, da Sie eben irren. Was ich ja eben schon gezeigt habe. Manche, im linksextremistischen Bereich wird eher so von Weltverbesserung vielleicht gesprochen. Und bei den weniger linksextremistischen gibt es dann den Begriff vom Aufgewachtsein und den schlafenden Schafen und so weiter. Gibt es auch bei, auch der Professor Mausfeld spricht auch irgendwie von den schlafenden Schafen und so weiter. Sie halten sich für aufgewacht. Sind Sie nicht, wenn Sie ohne das Vorgehen, das Sie sagen, kommt, falsifiziert mich, zeigt mein Irren. Also ohne das ständige Talken und miteinander Sprechen, wo irre ich, wo du? Wo irre ich, wo du? Ohne dieses, wie ich es eben mit den Zeituhren beschrieben habe, kommen wir nicht voran. Und Sie sind auch nicht aufgewacht, sondern sind auch nur voll von wiederum vielleicht ganz anders gelagert an vorteilbringenden Irrtümern, ganz anderer Sparten. Aber in Kapitalismus ist jeder normale Mensch, 99,9 Prozent der Weltbevölkerung sind voll von Irrtümern. Also müssen wir darüber ins Gespräch kommen. Und wenn wir da nicht ins Gespräch kommen, geht der ganze Mist mit dem Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft immer so weiter. Das waren unsere drei heutigen Grundthemen. Also noch einmal die drei alle zusammen. Sie verstehen sich als Weltverbesserer. In Wirklichkeit schaden sie aber nur, da sie manipuliert sind mit Irrtümern. Habe ich erklärt. Sie versuchen sich, ihrer Gesundheit und der Welt Gutes zu tun, schaffen sie nicht, da sie irren. Sie halten sich für aufgewacht, sind sie nicht. Solange sie und solange und wenn sie meinen auszukommen, ohne die Aufforderung an die Welt, kommt, falsifiziert mich, zeigt mein Irren. Das muss für jeden der acht Milliarden Menschen im Prinzip die Hauptaufforderung werden. Und wenigstens für eine Milliarde. Ja, also oder vielleicht wenigstens für ein paar hundert Millionen. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann war es das mit der Menschheit. Dann wird sie einfach nur ewig leiden, ewig unglücklich und ewig kränklich und ewig abgeschlachtet mit Gewalt dahinvegetieren. Dann kann sich da nichts mehr ändern. Ja, ich glaube, ich habe meine Pflicht getan für diese Sendung. Ich stoppe als erstes Winke, Winke, liebe Zuschauer, die Aufzeit.